Für die folgenden Arbeiten müssen alle Türen sowie die Motorhaube geschlossen sein. Bringen Sie die Zündung in Stellung 1. Im Multifunktionsdisplay rufen Sie den Menüpunkt Reise auf. Drücken Sie die Taste Zurück und das Fingernavigationspad gleichzeitig für ca. 5 Sekunden. Gehen Sie wieder zurück ins Hauptmenü und scrollen Sie ganz nach links. Dort finden Sie nun den Menüpunkt Werkstatt. Hier können Sie unter Assist Plus die Service-Daten zurücksetzen. Schalten Sie die Zündung ein. Gehen Sie auf Gesamtservice und dann auf Service bestätigen. Wählen Sie die Qualität des verwendeten Motoröls aus und bestätigen Sie den durchgeführten Service. Damit ist die Serviceanzeige zurückgesetzt. Gerät des Fernwochs